Aber brauche ich nicht irgendein Penthouse, um den Überfall dann zu aktivieren? Oder reicht es, wenn wir dann immer zu den Winzeln dorthin laufen? Ich glaube schon. Das dauert das wieder fünf Minuten, ehe es weitergeht. Und sonst bei dir so, wenn wir jetzt schon mal Zeit haben. Ach ja. Muss ja. Hat das schon endlich Wochenende. Ja. Und ihr wart gestern noch schön essen, oder? Genau, ja. Ja. Also wir vier Mädels aus unserer Arbeit waren schön Burger essen. Von unseren Männern kriegst du halt nicht allzu viel. Tja. Guck mal, Luftfahrzeuge... Selbst die Frau. Das stimmt. Hi. Hi. Du kannst hier Luftfahrzeuge zerstören, ne? Ich bin nur im Ladebildschirm. Ach so. Gib mir das irgendein Event? Mit einer Panzerfaust müsste es wahrscheinlich eher sein. Start des Events. Das ist mit so ganz schnell des ganzen Events. Wo bist du eigentlich gelandet? Immer noch im Ladebildschirm. Ach so. Stimmt. Stimmt. Ja, das ist... Ach, jetzt. Ach, hier bist du. Ah. Moin. Komplett anders aus. Ja. Rechtlich professionell. Ja. Genau. Ja, jetzt. Warte, ich hole mal einen Hubschrauber von mir und dann können wir da hinfliegen. Warte mal, aber am besten entregistrier dich mal als Boss. Ja. Weil wie gesagt, das kostet glaube ich Geld. Ach so. Oh Gott, das war bei M. Ja, das hat mir hier ein Pi. Zurücktreten. Warte mal, und jetzt lade ich dich mal ein, weil wie gesagt, du bist ja da bei dem Raid-Ding. Mhm. Mhm. So. Genau, der Danny, oder der Danny, die, die, das Danny, ähm, kann sie mitmachen? Bei unserem... Ja, klar. Warte, muss ich mal kurz schreiben? Oh, Entschuldigung. Ja. Ja. E-Mail, nee, Dokt hieß, nein, da unten war's. Genau. So. Ja, und wir mal kurz gucken, wegen Danny. Ähm. Dann kriegst du nämlich auch Geld und... Weil ich hab, glaube ich, 200 Millionen oder so. Das passt. Stimmt, ja. So. Also rein theoretisch könnten wir uns auch beim V dann treffen. Oder wir laden sie da einfach ein. Genau. Können auch einfach einladen. Mhm. Dann mach ich das mal. Oh. Wer ist das? Ach so, Danny. Aber, du bist noch blass. Mal. Oh, warte. Entschuldigung, war... Oh, ich geh jetzt einfach rein. Oh, Entschuldigung. Warte. Oder warte. Oder gehst du? Oder gehst du mit rein? Ich hab denen jetzt auch mal angeboten in der Nähe. Mhm. Also. Der Moderer mit überstehen. Oh, stimmt. War einfach voll die Moderer. Das ist eigentlich schon echt krass, dass das Rockstar nicht irgendwie mit ihrem Supersystem mitbekommt, dass da irgendjemand da getrickst hat. Ja. Ja. So, warte. So, du kannst... Also, wir haben nur zwei. Ist jetzt da. Warte mal. Oh, Slowie. Warte. Nein. Halt. Wäre der einfach weg, der Arsch. Okay. Slowie. Kommst du hinterher? Oh Gott, was haben wir denn jetzt hier? Hier. Ich mach mal, koste das V. Vincent, Vincent markiert. Okay. Also, da holen wir... Also, ja. Genau, dann lad mich einfach wieder ein. Ich stirb einfach nur nicht. Nee. In der Zwischenzeit. Ach, du kannst anscheinend bei diesem Event mit einem Flugzeug einfach durch diese Ringe fliegen anscheinend. Und dann kriegst du wahrscheinlich Punkte. Oh, oh, da ist einer. Oh Gott, der fährt weiter. Aber ich bin mal noch gespannt. Ich mein, bis GTA rauskommt. Das war ja 2025, oder? Ja, und dann online dauert bestimmt dann wieder. Was dann vielleicht hier noch für Inhalte rauskommt. Weil ich glaub, der Motorradclub, der war ja, ähm... Das ist erst mal so alt. Aber irgendwas, die Agentur kam doch neu hinzu. Irgendwas kam neu hinzu. Okay. Ja, wie gesagt, ich hab jetzt vor drei, vier Monaten erst wieder angefangen. Da war quasi alles neu für mich. Also wieder halt, ne? Ja. Davor irgendwie, weiß nicht, 18, 19 mal. Hm. Hm. So. Munition für alle kaufen. Schwerste Panzer kaufen. Einstellungen. Ach so, feste Kamera. Ich mach mal für Person wieder, ne? Ja. Einstellungen bestätigen. Dann Spieler, Suche geschlossen. Das aktuelle... Ach so, nein! Nein! Stopp! Nein! Stopp! Nein! Nee, oh Gott, ich hab jetzt alle eingeladen. Oh nein, scheiße. Okay, dann mach mal. Da sind alle drin, kann's kaum machen. Okay. Äh, spielen. Oh Gott, ganz schnell. Hoffentlich tut das hier keiner noch irgendwie mit. Hab ich auch. Da ist sogar alles schon hier aus, aber schießen, Stärke schleichen. Krass. Ja, halt eher so PvP-lastig. Schrauber da rumfliegen. So, jetzt sind wir hier. Waffenbeschaffung. So, Slowey, bist du da? Ja, seid alle da. So, dann fahr ich bei dir wieder mit. Und dann... Äh, wollen wir... Wollen wir... Fahren wir zuerst? Wollen wir... Mach mal einfach A, B, C, oder? Oh, das ist so. Auch zusammen. Äh, mal schauen, wer schneller bei B ist. Äh, okay. Ich habe dir die Koordinatoren von entsprechenden Targets. Du brauchst nicht mehr. Mein Tipp ist, um deine Optionen zu unterscheiden. Entdecken, welcher Gang wird eine Laufung haben, das zu deinen Preferenzen. Und prioritieren. Wenn du mehr als ein Set der Weapons oder Gehäuser bekommst, dann kannst du es alles. Du kannst wählen, welcher zu benutzen, wenn die Zeit kommt. Wie ich vorhin gesagt habe, wir brauchen Weapons und Equipment. Das sind Armour und Maske. Gab es eigentlich auch so Oster- und Sommer- und Halloween-Event? Ja. So etwas gibt es auch. Oh, äh. Oh, slow. Oh, pff. Ich kann wieder raus. Ich muss mal kurz hier verpüßteln. Du stehst einfach da und ich renne erst mal hier weg. Na? Ja. So, warte mal. Was muss ich jetzt hier mitnehmen? Welche Waffen ausdrücken? Oh, verfügbar. Okay, wir müssen hier alle Ausrüstung irgendwie mitnehmen. Die sind nämlich dann verfügbar. Was nehmen die? Drücke E. Ach so. Okay, wir sind fertig. Ich habe Marabu eine Granatwaffen eingesammelt. Ja, wir können mal reintöre dich weiter. Reintöre dich so B. Hm? Ich würde mal kurz B markieren, oder? Oder müssen wir erst... Ja, mach das mal. Oder nee, ich glaube, wir müssen erst zum Ziel, oder? Weil B und C sind jetzt... Okay. Okay. Oh. Den Treffen, Junge. Danke. Habe ich einen Fahrer getroffen? Nee, scheiße. Mal kurz Munition kaufen. Munition. Das war alle. Oh, Danny hat Omiditausrüstung. Omiditausrüstung. Was meinst du damit? Nice. Ja. Ich weiß nicht, ist sie da oben? Ach, da oben. Okay, sie hat auf jeden Fall einen viel weiteren Weg als wir. Wir müssen hoch wieder. Okay, warte, ich markiere mal B. Ah, nee, wir können nochmal zu A. Warte, irgendwas übersehen. Komisch. War ja eigentlich nichts mehr. Eigentlich nicht, nee. Aber wenn nicht, ähm, dann können wir gleich auch nochmal mit dem Hubschrauber dahin fliegen. Stimmt, ja. Warte mal, das machen wir jetzt mal, dann halte ich hier mal an und hol mal gerade einen Hubschrauber. Hm, wir gehen nochmal zu. Ach, scheiße, das kann man hier nicht machen. So. Bei Mason. Nee. Hm, hm. Haben sie sich schon was bei gedacht? Naja. Ich glaube, wir müssen sowieso jetzt irgendwie raus aufs Meer schwimmen oder mit hier so einem Jet-Ski. Ich glaube, B war relativ weit auf dem Meer gelegen. Na, dann schauen wir doch mal. Oh, ich will da reinfahren. Ja. Guck mal, hier schon wieder wurde aus von... Oh, wir haben hier welche. So. Benutzt du die SMS-Funktion auf deinem Handy, um mir jetzt mitzuteilen, welche Ausstattung du wehren, dass ich da geimpft habe. Oh, warte. Oh, ich will da mal raus, ja, ne? Was soll schon passieren? Ach so, ich muss dir meine Nachricht über die Ausstattung schicken. Mal. Militär eher, oder? Ja. Bei Waffen? Ja. Und bei Ausrüstung auch eher Militär, oder? Ja. Ja. Gut. Okay. Trotzdem noch mal was bei B. Ah. Das Waffe... Oh! Oh. Oh. Gott, fuck. Und Ausstattung... Militär. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, nein. Okay, ich schwimm. Ich tauche mal kurz. Nein. Schwimm doch mal schneller. Hä? Fuck, ich hab... Kann ich? Kann ich schießen? Nein, fuck, ich kann. Danke. Bin ich fast tot. Oh, fuck, es kommt der nächste Heli. Echt? Warte. Was hat er vielleicht? Er ist noch weiter weg. Schweine. Oh, fuck, die kommen jetzt. Die kommen. Ah. Ja, hier hoch. Ah. Oh, nein. Okay, warte. Dann hau ich den. Fuck, ich bin tot. Scheiße. Oh, nein. Ah, es tut mir leid. Ah. Ah. Sorry. Ah. Ah. Sorry. Ah. Über. Ja, gut. Ah, ich wollte nämlich auf offene Meer schreiben, dass ich mich erst mal für die Militär, also dass ich die erst mal ausgewählt habe. Dann kam mal dieser scheiß Heli und dann, ja. Naja, das ist ja erst mal nicht so wichtig. Naja, jetzt weißt du es. Ja. Aber ich habe den auch gar nicht gecheckt, irgendwie. Aber ich habe den auch gar nicht gecheckt, irgendwie. Oh, nicht. Aber auf einmal da. So, warte mal. Ich fahre mal ganz... Warte mal. Ich fahre mal schnell zu... Hau. Nicht weh. Mit meiner Kurkuma. Ich bin ja gleich hier. So. Ah, ist das ärgerlich. Bist du noch beim Ladebildschirm, oder? Ja, ich bin noch beim Ladebildschirm, oder? Run, bro, run. Ne, ich will auf jeden Fall nicht ran hin. Was ist denn jetzt die komische Karte, so? Oh. X? Oh, ich bin dran vorbeigefahren. So. Auf ein neues. So, weißt du, Schilme macht man es einfach noch einmal. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch am Ladebildschirm. Ja, gut, ich habe nur eine normale SSD, aber... Mhm. Aber trotzdem, dass es so lange dauert. Ja. Warte mal, meine... Das ist die eigentlich auch nicht. Der auch. Gut, ich sage mal so, ich habe auch eine gute Internetanbindung. Eigentlich. Ja. Ja, gut, echt. So, ich habe euch schon mal eingeladen. Also, wenn ihr dann irgendwann mal da sein solltet... Ja, genau jetzt. Auf Zuruf. Ja, gut. Obwohl, Denny müsste eigentlich schon draußen sein. Ja, ja, der steht hier neben mir. Warte mal, ich seid gerade wieder raus, warte mal, meine Freunde von Freundesliste, also eingeladen. Jetzt mal Einladung abbrechen, machen wir es nochmal neu, so, da breche ich bei dir auch nochmal ab und machen es auch nochmal neu. Ne? 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 jetzt blockiert ich kann euch nicht einladen wenn ihr blockiert seid und das denn blockiert was tun so dass du also es wird als blockiert angezeigt wenn ich euch mehrmals versucht habe einzuladen aber es hat nichts gebracht was jetzt noch mal habe ich jetzt noch mal eingeladen ja jetzt jetzt sieht gut aus jetzt schenke ich in so einem bildschirm ich wollte gerade sagen gta 5 macht spaß 400 spielstunden hast du 200 irgendwo gewartet aber normalerweise müsste doch dritt bei eigentlich stehen wenn ihr im ladebildschirm hängt ja ich bin jetzt hier einfach in so einem bildschirm so dennis ist schon da raus du bist auch raus was ist denn das ok aber du bist jetzt auch in dem ladebildschirm drin oder genau ich bin da in dem bildschirm ich werde nie wieder eine sms irgendwie schreiben wenn wir mitten im in der vorbereitung sind du bist beigetreten das müssen wir noch auf die denny warten halleluja halleluja endlich ja war eine geburt ja kannst du ja geht die ja fünf schon immer so schlimm oder ist es noch so schlimm geworden Ja, keine Ahnung Es ist halt alles neu jetzt Ich meine, so viele Spiele sind es ja eigentlich nicht auf dem Server, ne? Immer Nee, aber ich meine jetzt, der heißt ist neu, den wir hier dann machen Achso, na gut, das kann sein, ja So, wir machen mal jetzt die Reihenfolge Ich steck einfach mal kurz wieder ein Ich glaub, die, äh, hier Danny nimmt Nimmt sie C oder A? Warte mal Okay, sie nimmt wieder C, dann nehmen wir wieder A Ja Gut Aber jetzt haben wir Team Leben 1 Vorher hatten wir doch Team Leben 0 Ja Ich bin da das eine Mal gestorben Aber das ist doch eigentlich immer Promission Eigentlich schon, ne? As I was saying earlier, we need weapons and we need equipment That's armor and the masks We don't want anyone at the Cluck and Bell factory catching a glimpse of your memorable face This group is more, now how do I put it? So Oh Ich mag grad sagen, ich bin bereit zum Schießen Aber dann So, Freunde danach, wo seid ihr? Wie geht's? Richtig Was ist denn hier? Ist er weg? Nee Jetzt ist er weg So Der Ah, die haben schöne Musik gehört Ja, ne? Achso, und jetzt muss irgendjemand mit so einem Auto zurückfahren, oder was? Soll ich machen? Ich fahr einfach mit so einem Auto mal zurück Nee, wenn nicht, kannst du auch das andere nehmen Dann nehm ich dir die Ah, kann man bestellen Ja, mit nem ordentlichen Auto fahren Genau Weißt du noch, wie viel das ungefähr gekostet hat? Bestimmt über eine Million, oder? Das Auto Mhm Also das Blöde Oder das ist ja so teuer Das hat, glaube ich, fünf oder sechs Millionen gekostet Also Weil du ja Ja, ich bin schon wieder tot Ähm Ich mach einfach gar nichts mehr, ne? Ich geh jetzt den Hügel hinauf Ja, das hat fast sechs Millionen gekostet Weil das nur so einen Lenkraketenabwehrsender hat So Dann brauchst du auch auf jeden Fall die Agentur dafür Sonst sterbe ich eigentlich auch nicht so schnell Aber irgendwie, ich weiß nicht Ja, manchmal ist irgendwie der Wurm drin Und das ist ja eigentlich nicht schwer Ich hätte wahrscheinlich einfach nur fahren sollen Ich wollte ja eigentlich von dir abhalten Aber dann So Nimm jetzt mal einfach mal irgendein Auto und fahr schon mal zu B Und warte dann einfach auf euch Ja, eigentlich Aber schön, dass sie die Arbeit machen Ich sterbe einfach Ja, also Ja, ich bin jetzt Ja, ich bin jetzt Oh Gott, ich hab mich erschrocken. Mensch. Okay, da warte ich jetzt auf euch. So, ich warte jetzt einfach auf euch. So, die Daniel ist schon wieder am Start. Das ist auch. Ich hab mir jetzt mal deinen Ruma genommen. Ach so, ja. Okay, gut, wir wollen zu Zeny. Dann können wir uns ja an B treffen, oder? Genau, ja. Wir haben ja schon wieder diese roten Wachmaten. So, die sind down. Und Danny ist... Wo ist sie denn? Ich bin hier bei B. Und Danny ist... Ja. Jetzt kommen die nächsten schon. Die wollen alle zur Danny. Okay, sie hat sie down bekommen. Ist das Auto da jetzt raus? Ja. Gewalt geht alles. So. Du bist auch schon da, oder? Ja, ich bin hier bei B. Oh, das sind... Guck mal, das sind hier schief, den ganzen Moment. Wir müssen gar nicht schwimmen. Ah, geil. Ja, ich hab schon mal ein paar weggesnipert. So. Von hier nach da. Okay, das sind nur zwei. Ja, der nimmt mich mit hier. Okay, gut. Hat mich einfach mal ein... Ne? Der ist alle so professionell. Ja, wie gesagt, die meisten hab ich eigentlich schon kaputt gemacht. Da tritt dieses Gas aus. Das ist nicht ganz so gut wahrscheinlich. So, ich hab das schon mal ausgesammelt. Okay, also wir haben anscheinend jetzt alles eingesammelt. Ja. Ich geh den Weg wieder zurück. Ich glaub, jetzt muss es noch mal ein bisschen richtig eklig werden. So. Okay. So. Oh Gott. Oh shit, mein... Oh fuck, wir haben den Heli wieder. Wir haben den Heli wieder. Oh. Steh auf, Mädchen. Schnell. Oh. Willst du mir rein? Jo. Jenny? Ist dort. Bei ihrem Auto? Okay. Sie schießen den Hubschrie aber ab. Pferd. Los. Okay. Gott. Okay, sie ist auf jeden Fall schneller als wir. Ja. Ich bin froh, dass es passiert. Wie fahre die sind alle. Wie fahre die sind alle. 800 Meter ungefähr. Halleluja. Ich will nicht wissen, wie es wieder heißt wird, ne? Das ist so. Oh. Muss ich mal kurz gucken. Bei SMS. Waffen. Ach so, nur Militär. Oh, warte, warte, Entschuldigung. Muss noch kurz... Nein. Ah, SMS. Ausrüstung. Militär. Ja, würde ich einfach mal... Was haben wir jetzt als Auswahl? Waffen. Profis oder Militär? Militär. Warte, ich bin überfordert schon wieder. Ausrüstung, Militär. Okay, genau. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Bestätigen. Du kannst diesen Job abbrechen, indem du Dings drückst. So, wir müssen jetzt durch sein. Ja. Ja. Halleluja, Mission bestanden. Ich hab's gleich. 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 Vielen Dank.